Hallo, da sind wir wieder, Pippe und Gitte. Unsere Heldin heißt Desa De. Und die ist noch in ihrer Heimatstadt? Ja, wir waren gerade bei den Botschaftern. Sollte ich aber demnächst auf eine weite Reise begehen? Ja. Vorher musste noch einige Aufgaben erledigen. Und das versucht sie, so gut sie halt kann. Sie wird von Kurt begleitet, das ist ihr Waffermeister eigentlich. Er sagte gerade, der Händler ist da, der hat ja auch noch einen Auftrag für den Händler. Ja. Aber wir wollen erst mal zum Kapitän. Genau. Ja, also was kämpfen. Ich hoffe, wir kommen hier zum Kapitän. Ist ihn auch ziemlich schwach. Na ja, ist ja immer so bei diesen Spielen. Aha, was hat der denn da auf seinem Kopf, über seinen Kopf rumhängen? Ein Sprechzeichen. Oho, okay. So sieht das aus. Das ist Sœur de Corsillon. Oder es wäre ihn. Äh, ja, frag mal ihn doch, welche Rolle er auf der Insel haben soll. Was will be your official title on Tehfriede? Oder are you just here to keep an eye on us? Come now. Don't be ridiculous. I'm coming in the capacity of official advisor. Nothing more. But His Highness has also asked me to report to him on certain strategic observations. I am therefore required to take note of all events, chart the island and its resources, but also obtain as much knowledge as possible concerning the more dangerous creatures of the island. Your help will be extremely valuable to me. I've no longer the legs of an adventurer. It's always a privilege to help, Master. Na gut. I have quite a few things to do before we raise anchor. Gut. Also, sie ist sehr gut erzogen, wie man irgendwie hört aus dem Gespräch nachher aus. Ja, sie stammt nicht aus einem ärmlichen Elternhaus, wie man sieht. Naja. Also, sehr nett finde ich, dass sie hier überall Kisten verstreuen, die man ausleeren kann und muss. Mhm. Aha. Aha. Diese Zone steht unter der Kontrolle einer anderen Fraktion. Dir ist der Zutritt zu bestimmten Bereichen verboten. Mit einem Kostüm, Oberkörper der Fraktion, kannst du die Wachen täuschen. Aha. Du kannst auch versuchen zu schleichen. Naja, gut, aber es hat natürlich... Aber wenn man entdeckt wird, dann kann das ganz böse Folgen haben. Deinen Rufschaden. Das würde ich erstmal lassen. Ja, und wie komme ich dann da hin? Ich muss doch zum Kapitän. Ach so. Und der ist dahinter, ja. Ja, hier runter einfach. Das ist ja zu einfach. Oh, das hätte er nicht sagen müssen. Ach so. Kapitän Vasco. Und du? Ich bin De Sardai, der Prinzessin. Die Tür ist in Ordnung. Wir werden bald auf deinem Boot embarkieren. Es ist ein Boot. Nicht ein Boot. Apollos. Apollos für meine Frage, aber der junge Gouverneur ist nicht mit dir. Er hat nicht nach Hause nach Hause. Ich muss ihn nachher nachher nachher. Ich hoffe, dass nichts passiert, oder er nicht verändert sein. Er hat sich nicht verändert. Der Tide ist nicht warten. Vielleicht er hat er einfach nur seine imminenten Departur mit etwas zu viel Entdeckung. Ist alles bereit? Wir sind ein Crew-Member. Der Cabin-Boy ist missing. Aber keine Angst, wir werden ohne ihn, wenn er sich nicht vor der Tide befinden. Ist er ein wichtiges Departur? Wir brauchen ihn nicht für Sailing oder Navigation. Er ist nur ein Cabin-Boy. Er muss einfach ein bisschen zu viel zu trinken haben, um seine Departur zu zählen. Wie ein anderer, ich weiß. Ich wüsste, dass Jonas nie ein Fancy-Drink war. Und es hat zwei Tage seit dem letzten Jahr gesehen. Ich glaube, dass etwas Schlimm-Boy hat mit ihm passiert. Ich muss dich fragen, wenn du etwas hören möchtest, könntest du es mir anrufen? Ich möchte, dass ich mit einer klaren Minder schlafen möchte. Na gut, dann fragen wir doch mal. Wenn du deinen Cabin-Boy gesehen hast, für den letzten Mal? Es hat zwei Tage seitdem ich keine Nachrichten gesehen habe. Es war nicht aus der Ordnung bis heute Morgen. Meine Männer haben frei schlafen, wenn wir auf der Tidee. Aber auf der Tag der Tidee, jeder able-bodied Sailor muss sein, auf der Tidee sein. Okay. Ist der Typ-Boy weiß jemanden in Serene? Ähnlich als fellow Norts, du meinst? Ich glaube nicht, aber es ist schwierig, zu sein. Okay, ja, wer sind seine Ex-Freunde? Ah ja, wir können hier auch noch nach dem Ketzer fragen. Ah, ich weiß nicht. 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 Es gibt viel zu viele kommen und gehen, um zu sehen, die möglichen Stowaways zu finden. Wenn sie nicht versuchen, zu kommen, dann ich keine Ahnung auf sie. Das gesagt. Wir haben uns einen Smuggler gefunden, vor kurzem. Ein Smuggler? Vielleicht er könnte sein. Wo kann ich ihn finden? In den Port Jälen? In den Port Jälen? Nicht weit von den Schwerhäusern. Warum, ich frage dich? Warum der急stöne Interesse in den Smuggler und der wunderschöne Stowaway? Was ist, ich frage dich? Darf ich noch mal, was du von den Schwerhäusern erzählst? Die Karte sind sehr gut, aber sie sind sehr gut. Sie sind ziemlich viel Schrecklich, um zu suchen unsere Waren. Wir natürlich nicht in die Entfernung. Nur die Nords haben die Zugang. Entschuldigung, Herr Excellency, aber ich bin sicher, dass Ihre Potenzialen Stowaways nicht weit entfernt. Aber wir werden Sie nicht auf die Suche suchen, um sie zu holen. Nicht auf das Echt, zumindest. Was bedeutet das? Das Discretion und Malice sind oft mehr sinnvoller als Titeln und Worte. Gut, ja, Konstantin. Ach so, erstmal gucken, ist hier was Neues? Ja doch, grundsätzlich. Über die Nauten, Tierfrade, den Hafen. Wie bist du ein Naut? Unsere Magik? Ja, das nur die Nauten master. Als für deine Frage. Ein Kind, auf einer unserer船, ist Seabourn. Er ist ein Naut von birth. Others sind Seabourn. Sie sind in den Nauten, für unterschiedliche Gründe. Oftmals von einem junger Zeit. Das ist wie die Guilden ist, und behält ihre Zahlen. Soh? Oh, ja? Können Sie mir etwas erzählen, um unsere Bestimmung zu erzählen? Die Isle von Tierfredi? Es ist ein großartiges Ort. Wild. Sparen von deinen Kriegen und deinen Minden, für heute. Die Natives haben eine Beziehung mit ihren Land, und sie sehen es sacred. Es sind sehr freundliche Leute, willkommen, die sich für dich ansehen wird, wie du... Ich habe auch gehört, dass es viele exotische Kulturen gibt, etwas enormes. Aber ich weiß nicht, was anderes zu sagen. Ich habe nie weit entfernt von den Portsen. Weil die vielleicht nicht tun, was die wollen. In dem Augenblick sind es keine Menschen, sondern nur noch Tiere, die man jagen kann. Tja... Okay, was heißt über den Hafen zu sagen? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das größte High Seas-Port auf dem Kontinent. Dank an dein Prinz, obwohl es eine Teil der Ihre Stadt ist, hat eine bestimmte Stattung für uns Norden. Certainen Zonen sind komplett bei uns. Und die Maritärin-Lore hält. Es ist ein guter Port. Aber nicht für Malachor, es wäre ein schönes Ort. Gut, das haben wir. Dann können wir noch nach Konstantin fragen. Gut. Gut. Ja, ich sehe hier schon wieder was glänzen. Das will unbedingt mit. so jedem spiel ist es wichtig dass man plündern kann ja irgendwie muss man sich ja ausrüsten ja der nautische novize der cabin boy ja guck mal doch mal da müssen wir hier ja ja also das kann wir hier ich sagte ja die steuerung muss man mit der maus untersuchen wir sind hier wie immer einfach links rum haben ja ja also mit der steuerung da dürften sie noch mal ein bisschen nachbessern das finde ich nicht so berauschend seit wann ist das spiel auf dem markt eigentlich ich weiß es gar nicht müsste ich nachgucken vom letzten jahr davon könnte sein ich habe keine ahnung es könnte sein dass du schon ein zwei jahre auf dem markt wer bist du lauro also missen he was taken okay okay so i was even though i'd had a few tumblers in the belly i hand yet lost my head the other day in the tavern i saw him talking to a well dressed man surrounded by some other sly ruffians and then when we left im man i Flavia left a little earlier, you understand? Well, those brutes were there, waiting for him. They just up and took him like that. Grabbed his arms and puffed. Gone. Vanished. Why didn't you intervene? I tried to, believe me. But my legs betrayed me. Wavering they were. And I fell into the gutter. Did you report this to the captain? Unfortunately not. I know all too well what weight my words carry. Even Flavia treated me like a drunken fool. And the captain? No, not telling him that. I still have some pride left. You get me? Ah, war wohl ganz schön besoffen, right? Ja, genau. Seine Füße konnten ihn nicht mehr tragen, so richtig. Oder seine Beine, wie auch immer. Okay, fragen wir ihn nach dem Gemütszustand des Jungen. Did Jonas seem troubled to you? The night he disappeared. Maybe. For sure he wasn't his usual self. Do you know what was on his mind? No. No idea. But we have the ensure. Ausgesehen. Why would anyone want to snatch a mere cabin boy? How would I know? Jonas is a gentle boy who keeps his head down. Ah. You think my story is nothing but mess too, don't you? Mm-mm. It's just that I can't imagine a gang of thugs hoping to get a ransom for a cabin boy. Did anyone else see the kidnapping? There was still a small crowd in the tavern. But outside, I seem to recall that regular being there. We play cards with him from time to time. Kind of fellow who plays from morning to night time to be that skilled. But now and again he comes out. When nature calls, you know, I kind of remember his face being there. Wenn die Natur ruft, auch eine schöne Formulierung. Okay. Und mal erzähl mal. Tja, hätte ich gern nachgefragt, warum. Das wird er nicht wissen. Aber das wird er entweder nicht wissen oder nicht sagen wollen. Naja, oder jedenfalls wird die Crew, wird er mit der Crew wahrscheinlich nicht über irgendwelche Probleme reden, die er hat. Der Kapitän. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Ja, eher nicht. Spielt der hier an dem unsichtbaren Klavier? Das sieht so aus, ne? Ja, also an solchen Sachen merkt man eben, dass es ein kleines Studio ist. Aber ich muss sagen, ich mag das Spiel. Auch wenn sie natürlich an manchen Stellen sparen mussten. Ja, wo laufe ich eigentlich jetzt hin? Na, keine Ahnung, das musst du wissen, weil du läufst. Ja. Und das suche das. Verschwinden des nautischen Novizen. Ja, dann steht hier auch nicht. Dann können wir hier weitermachen. Nicht hier. Ach, da. Mann. Ich glaube, ich sollte vielleicht mal speichern. Ach, ist er das nicht? Hallo, Flavia. Someone told me that you were a friend of Jonas, the young cabin boy who was gone missing. That's right, yeah. Are you looking for him? Yes. Your captain asked me to go and find him. Happy theory has taken the disappearance seriously. What can I do for you? Ja, wann hat er ihn zum letzten Mal gesehen? How did you ask to see him? Two days ago, in the evening. We went to have a drink in the tavern. Jonas, Lauro and myself. Did anything seem out of the ordinary? Was he troubled? Maybe a tad troubled. Like he was somewhere else. Why would that be? Give me your best guess. Boy, I haven't the faintest idea. Uh-huh. What does Jonas do in his free time? When you're on land? He just hangs around here or there. You know the cabin boys don't have half a sailor's wages. And when evening comes, we usually go down the tavern with good old Lauro. Did he ever have one too many? Never. Ah, he sip his point like it was bad medicine. One drink lasts him the whole night. Schon sehr merkwürdig. Aber wer soll den Chefsjungen entführen? Lösegeld kriegst du ja nicht für den. Nö. Aber damals haben die natürlich schon oft alle möglichen Leute entführt, um sie auf die Schiffe zu schleppen, weil die Schiffe eigentlich immer Seeleute brauchten. Ach, du meinst, dass er die Konkurrenz weggefangen hat? Naja, und ja, das kann sein, dass irgendjemand dafür Geld gibt, dass du jemanden mitbringst, dass du den jemanden aufs Schiff schlägst. Ach so. Der dann unterwegs dann eben arbeiten muss. Das war eben klaut und verkauft. Jaja, das war ganz üblich. Ah ja. Ganz viele sind da verschwunden auf die Art und Weise. Ja, nach dem ganzen Ambiente würde ich sagen, 17. Jahrhundert oder so, oder? Ja, es war auch übrigens im... 1600 noch was? Ich weiß es nicht, aber es war im 18. und 19. Jahrhundert durchaus auch noch üblich. Jaja, aber ich meine jetzt von den Dingen, von den Häusern, von den Klamotten her. Kann sein. Okay, fahren wir ihn weiter. Hat er Feinde? Ja. Und fragen wir nochmal an den Käpt'n. Was ist hier für ein Buch? Aha, das Tagebuch der Schleuser. Kannst du dir mal vorlesen. Ich habe zwei neue Kunden, sie wollen nach Alsat reisen und die Inquisitoren sind ihnen auf den Fersen, was meine Arbeit nicht einfacher machen wird. Ich denke, ich kann sie unauffällig auf ein Schiff bringen, aber wir müssen vorsichtig sein und ich hoffe, dass sie geduldig und ruhig sein werden. Ich werde sie in einem Lagerhaus hinter dem Hafenamt verstecken, in das sich die Inquisitoren niemals hineinwagen werden. Aha. Also wie muss man sagen, für mich gibt es keine Ketzer. Äh, was ist da jetzt ausgeäxt? Ja, sie nach den Ketzer in ihrem Versteck, keine Ahnung, muss man gucken. Ich bin ja noch nicht so, ich bin nicht, ich weiß ja nicht, befrage den Schleuser zu den Ketzer. Ja, das ist jetzt ausgeäxt, weil du ja das Tagebuch gefunden hast und musst ihn ja jetzt nicht mehr befragen. Jetzt muss ich ihn ja nicht mehr befragen. Ja, also ich muss auch sagen, für mich gibt es keine Ketzer. Wenn irgendjemand sagt, dass sie die falsche Religion haben, soll er doch. Aber dass man Leute dafür irgendwie umbringt oder so, weil sie eine Religion, die man selbst irgendwo hat, nicht für ihre Religion halten. Also da kann ich mich also wirklich nur ärgern über so eine. Ja. Ja, ach, so. Na gut, dann gehen wir hier oben mal gucken. Natürlich geht es auch um Macht, ne. In Angst, dass jeder Ketzer, den es gibt und der möglicherweise andere Leute zu einer anderen Religion bekehrt, dass er dann natürlich ihnen dann irgendwas wegnimmt und ihnen die Macht kleiner wird. Je weniger Anhänger du hast, desto geringer ist deine Macht. Aha, geradeaus nach dem Ort. Aber nun ja, was ist das? Ja, ja. Ist hier heute eigentlich auch nicht so viel anders. So, was haben wir hier? Die Kneipe. Das sieht ja ganz nett aus, die Kneipe, ne? Ja. Wirklich ganz abschneiden. Eine Runde mit dem Wirt quatschen müssen. Was ist das? Sehr nett. Das ist schon etwas sehr merkwürdig. Da liegt Geld auf dem Tisch und man kann es einfach mitnehmen. Was steht da? Ja, ja, kann man einfach mitnehmen. Quests können auf verschiedene Arten abgeschlossen werden. Raffinesse, Überredungskunst, Intuition, Korruption und so weiter. Wir sind ja eigentlich eher für Überreden und sowas, ne? Ja. Drogenkampf sind weitere probate Optionen, aber das sind weniger unsere. Das ist dann nur im äußersten Notfall angesagt. Sucht alles ein Herrchen. Mach ich. Fernlose Goldmünzen nehmen wir natürlich gerne mit. Oh, guck mal, das ist ein Käse. Okay, fragen wir erst mal nach dem Schiffsjungen. Das war ja wohl auch draußen, wie er sagte. Ja, genau. Ja, da können wir auch gleich mal, ach so, erst mal gucken, was wir hier noch haben. Ja. Oh. Okay, was kannst du über den Malikor erzählen? Has the Malikor really put a damper on your business? More than a damper. They were soaked. When the sickness began to spread, a wave of panic followed in its wake. People stopped going out of their homes. They were afraid. I was close to closing shop, I tell you. And then, thankfully, the alchemists of the bridge said that you couldn't just catch it, people were still distrustful, as is their nature, but they are leaving home again. It's a start. I also lost quite a few regular customers. Dead or too scared to venture back. Yeah, but that's nothing new to you. The city would have sunk in the water, if not for trade with the new Isle. Kevra D. A little cooler than the new Isle. You must have heard some stories about Teer for D. Right. Even stories that my heaviest drinkers would have trouble believing. They say the man trees live there. Dragons and gigantic creatures. Treasure abounds under every rock. And the source of eternal life is hidden somewhere there. Last night some Noughts even told me they brought back one of those giant beasts into the port. Yeah, but you know the kind. If you ask my opinion, the drink was fueling their imagination. Hopefully. Yeah. So, dann können wir noch nach Konstantin fragen. I'm looking for my cousin. His name is Konstantin. I believe he was intent on celebrating his departure last night. There was indeed a party here last night. But it ended badly. Whatever do you mean? A brawl broke out. My tavern was shattered. And no one's paid for the damages. I'm sorry. Amongst the rebel rousers, did there happen to be a young man? Twenty years of age? Hair down to his neck, light brown? Blue eyes? Quite the talker? I don't believe it. Of course he was there. He's the man that started the fight. I hope you've come to reimburse him. Don't count on me to help you if that's not the case. What kind of damage are we talking about exactly? A good half of my furniture was broken into firewood. I piled up the lot over there. Let me take a look. Perhaps it can be repaired. If you can fix it, I'd be obliged. If not, you'll need to pay. Okay, we'll see if we can find a chance. I need to think about my options. Oh, the father has forgotten to give his daughter her allowance, it would seem. Okay. I need to be off. Farewell. Goodbye. So, also. Ein Spieler ist immer hier. Hier, das könnte dir hier sein, ha? Hier ist ein Stammgast. Na, ob der was gesehen hat? Ob der auch mit rumgefeiert hat? Who are you? Oh, der hat die Krankheit. Ja. Am I in your debt? No, have no fear about that. It's for a different reason that I'm here. I'm looking for a naught that disappeared two days ago, after visiting this establishment. A young cabin boy. Two members of his crew accompanied him. Yes, that does ring a bell. I've played with the three of them. Oh, der sieht aber übel aus, kann man sie hier kaum angucken, ne? Ja, wirklich traurig. What can you tell me about the boy? How was he that night? He seemed rather nervous. As if he was worried about something. Didn't feel like playing that, I remember. And he must have been right to be nervous. If he's disappeared. Hmm. Tell me what happened that evening. A rich merchant came in. With a band of strong arms. The kind of men you can round up for a few coins. If you catch my drift. They exchanged words with the cabin boy. The kid was defensive. Not sitting pretty. And then they finally left. And after that? It just so happens that I did go out for a breather. I needed some fresh air. And I think I might well have seen those same men grab him. But that was none of my business. I wouldn't have thought that they were kidnapping him if that's what he was. They weren't particularly rough with him. Uh-huh. Yeah. Who was the rich merchant, do you think? A jelted lover? A moneylender? No, my lady. You're in luck. It so happens that I know the man. It was Sir Fontaine. That merchant. Where can I find him? He has a house in the wealthy boroughs. Just off the canal. A stone's throw from the Tulema embassy. Thank you. You've been immensely helpful. This man is completely owned by his love for the game. Do you think we can trust him? What would he gain from lying? I have no idea. But what would any wealthy merchant gain from holding a penniless child? That's what we want to find out. If it's really so was, how the man that says, how the man that says. But we'll make first of all. Aha. Yeah, then we'll see you here a little bit. We'll see you here a little bit. We'll see you in the next episode. Yeah. And we'll see you here a little bit. We'll see you here a little bit. We'll see you here a little bit.